Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu Amazon, GameStop und Rivian. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video im Wirtschaftskalender, gehen aber dann direkt in die Chartanalyse und sprechen natürlich auch über die heutige Headline des Videos und zwar ein sehr sehr großes Warnsignal hat heute aufgeschlagen bei uns in den Charts dazu aber gleich mehr. Die heutigen Wirtschaftsdaten haben uns auch gezeigt, dass die US-Wirtschaft in einem wichtigen Bereich jetzt weiter abkühlt und zwar im Bereich Verkäufe neuer Häuser. Man hat den Vormonat nach oben revidiert auf 698.000 und das crasht jetzt hier, muss man wirklich sagen, auf 619.000 Verkäufe neuer Häuser in diesem Monat. Also hier der US-Häusermarkt kühlt weiter deutlich ab, vor allen Dingen auch im Angesicht der Prognose von 636.000. Man muss sich das wirklich vor Augen führen. Wichtiger Punkt morgen, der nächste wichtige Eckpfeiler, was die Wirtschaftsdaten angeht, das Bruttoinlandsprodukt. Da wissen wir, sehen wir eher schrumpfende Tendenzen seit zwei Quartalen und da bekommen wir morgen die überarbeitete Version des ersten Quartals. Hier werden antizipiert 1,3 Prozent und auch morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Auch ein weiterer wichtiger Baustein im Gesamtkonstrukt der US-Wirtschaft. Eben das Bild, was wir uns hier machen müssen, es wird immer wichtiger, dass wir es auf dem Schirm haben, gerade auch im Hinblick auf die Entwicklung, die wir derzeit in einem sehr wichtigen und zentralen Chart beobachten müssen. Wir sind auch übergeordnet, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seit Jahresanfang im Aufwärtstrend, haben wir zuletzt im Video angesprochen. Auch die Arbeitslosenquote ist etwas am Steigen, bricht gerade aus dem 36-Monats-Schnitt aus. Das ist ein guter Rezessionsindikator gewesen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und auch ein Indikator, dass wenn dieser Breakout stattfindet, dass die Arbeitslosenquote dann gerne etwas schneller auch ansteigt. Deswegen gerade auch hier wahnsinnig wichtig, das zu beobachten. Und am Freitag gehen wir dann aus der Woche mit weiteren wichtigen Wirtschaftsdaten. Auf der einen Seite gibt es das Bruttoinlandsprodukt aus Großbritannien und den Arbeitsmarktbericht, wie man so möchte, in Deutschland, Veränderung der Arbeitslosigkeit und der Arbeitslosenquote. Und dann vor allen Dingen um 14.30 Uhr die PCE-Kernrate. Hier hat der Markt eine Erwartung von 2,6% im Jahresvergleich und 0,1% im Monatsvergleich. Also wir sehen jetzt mehrere Bausteine, die sehr, sehr wichtig sind für uns. Auf der einen Seite sehen wir immer mehr Wirtschaftsdaten, die Abkühlung andeuten. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine PCE-Kernrate. Und wir wissen, dass Jerome Powell und die FED ganz besonders auf diese PCE-Kernrate achten, die sich jetzt immer mehr dem 2%-Ziel annähert. Vor allen Dingen, falls diese Prognose von 2,6% wirklich eintreten sollte. Und so bin ich sehr gespannt, ob allerguten Dinge drei sind. Und auch möglicherweise hier um 17 Uhr am Freitag dann der dritte geldpolitische Bericht. Wenn der FED in Folge möglicherweise ein paar Neuerungen beinhaltet oder Impulse freisetzt für den Markt. Denn diese Impulse sind jetzt langsam aber sicher dringend notwendig. Vor allen Dingen im Chart der globalen Liquidität. Und damit herzlich willkommen zur Chart-Analyse. Und wir beginnen direkt mit, wie gesagt, der heutigen Schlagzeile. Großes Warnsignal. Und das müssen wir hier aktuell auch beobachten. Zuerst mal schauen wir uns den Chart der globalen Liquidität aber mal im Allzeitbereich an. Und zwar zurück bis 2007, 2008 mit der ersten großen Runde QE, also Quantitative Easening lockerer Geldpolitik. Damals im Rahmen der großen Finanzkrise hat dieser Chart begonnen. Und wir sehen hier einen Multijahres-Aufwärtstrend. Das ist auch der Multijahres, wenn man so möchte, Bullenmark, den wir beobachten konnten in den letzten 15, 16 Jahren. Dieser Chart hat hier natürlich seinen Climax gesehen, 2020, 2021, als man innerhalb kürzester Zeit die globale Liquidität massiv nach oben geprügelt hat. Und seit dem Top-Ende 2022, seit die Notenbanken global auf die Bremse treten, ist hier ein klarer Abwärtstrend intakt. Was jetzt hier für uns das große Warnsignal ist. Und wir beobachten das auf dem Discord auch schon seit einigen Wochen. Ist die Tatsache, dass dieser Aufwärtstrend jetzt gebrochen ist, das letzte Mal, als wir hier nur minimal unter diesem Aufwärtstrend waren. Das war im September 2019 und im Februar 2020. Wir wissen, dann kam der Corona-Crash. Also, da gibt es natürlich auch Meinungen, die sagen, das war nicht nur dadurch begründet, dass die Corona-Krise den Markt erschrocken hat. Sondern auf der einen Seite waren die Märkte heiß gelaufen Ende 2019 und auf der anderen Seite hat aber damals auch schon so ein gewisser Entzug stattgefunden von Liquidität. Und letzten Endes dann hier dazu geführt, dass der Markt trocken gelaufen ist und ein Event, natürlich ein externes Event dazu geführt hat, dass der Markt nicht nur ein bisschen abverkauft hat, sondern richtig hart abverkauft hat. Und jetzt sehen wir eben eine Entwicklung, die wir definitiv mit Sorge beobachten aktuell. Und zwar ist jetzt die globale Liquidität nicht nur, man muss wirklich sagen, final unter diesen Aufwärtstrend gebrochen. Wir haben diesen Aufwärtstrend jetzt auch in den letzten Wochen bestätigt als Widerstand. Und mit der heutigen Preis-Action, wenn man so möchte, mit der heutigen Action in diesem Chart, haben wir auch minimal ein neues Tief getriggert, was die globale Liquidität angeht. Und da haben wir auch in den letzten Monaten, man muss sagen, in den letzten Jahren darüber gesprochen. Denn dieser Chart hat uns geholfen, 2022 im Oktober das Tief zu finden im Markt. Dieser Chart hat uns geholfen, vor allen Dingen im Oktober 2023 hier am Support das Tief im Markt zu finden. Das Tiefere hoch war dann schon ein Warnsignal, dieser Abwärtstrend ohnehin. Und jetzt muss man sich das Ganze anschauen, was im Oktober letzten Jahres Support war, wird aktuell bei der globalen Liquidität zum Widerstand. Das merkt man jetzt nicht zwangsläufig bei den Mega-Cap und bei den Big-Tech-Aktien, keine Frage. Weil die sind, wenn man so möchte, ihre eigene Liquidität. Die haben extreme Cashflows und da fließt aktuell auch sehr viel Geld rein. Aber wir merken natürlich hier diese Situation ganz stark bei Krypto. Wir merken es ganz stark bei den Aktien in der zweiten Reihe. Da ist derzeit der absolute Krieg. Die machen teilweise neue Allzeittiefs, neue Multi-Jahrestiefs. Und das ist dadurch begründet, dass dem Markt hier derzeit immer mehr Liquidität entzogen wird. Und ich muss auch ganz klar dazu sagen, mit globalen Leitzinsen teilweise mehrere hundert Basispunkte über der jeweiligen CPI-Headline-Inflation verstehe ich diesen Schritt der Notenbanken jetzt hier nicht unbedingt, muss ich sagen. Weil das ist hier, man kann das nicht anders sagen, gerade auch was das Thema Unfall im System angeht. Ein absolutes Spiel mit dem Feuer, was besonders pikant ist. Wenn wir hier mal auf die linke Seite schauen, genau hier in dem Bereich der aktuell Support sein könnte, sehen wir direkt daneben eine starke Impulskerze nach oben. Zufälligerweise auch im Juni 2020. Also genau heute vor vier Jahren könnte man sagen, gab es nochmal einen Liquiditätsimpuls nach oben. Und wenn hier dieser Support brechen sollte, muss man hier mit einem Impuls nach unten rechnen. Also dann hier direkt nochmal mit etwa drei bis vier Prozent Downside in der globalen Liquidität. Und das ist eine Hausnummer. Und das müssen wir jetzt ganz klar in den kommenden Wochen als Warnsignal auf dem Schirm behalten. Und das kann dann auch gerade eben im Hinblick auf etwaige Zwischenfälle, was auf uns zukommen kann, kann man derzeit nicht beziffern. Ob das irgendwas im Bereich der Banken sein wird, ob das irgendwas im Bereich von Kreditevents sein wird. Man kann es nicht sagen. Was man allerdings sagen kann, ist, dass hier neue Tiefs bei der globalen Liquidität ein großes Warnsignal sein dürften. Und was wir definitiv auch beobachten werden, ist, wenn hier dieser Bruch stattfindet. Deswegen kommt jetzt hier knapp drunter auf jeden Fall ein Preisalarm. Und dann gibt es auch zu diesem Chart wieder ein Update. Was ich aber auch sagen möchte, und das zeigt auch so ein bisschen, wie prekär die Situation ist, der Wochen-RSI, wir haben natürlich hier auch Indikatoren drin. Und der Wochen-RSI steht jetzt hier bei 27. Ein Tages-RSI haben wir auch mitlaufen. Der steht bei 30. Die globale Liquidität ist, wenn man so möchte, jetzt hier an diesem wichtigen Level sehr stark überverkauft. Jegliche Downside muss man damit in Verbindung bringen, dass der Markt wirklich trocken läuft. Und wir wissen auch, was in einem Motor passiert. Wenn das Öl fällt, wenn er trocken läuft, dann kann es zu einem Motorschaden kommen. Also definitiv auf dem Schirm behalten. Man muss jetzt nicht zwangsläufig komplett bearish werden auf die Märkte. Keine Frage. Dort handeln wir natürlich auch den Markt und die Charts, die wir sehen. Aber, was ganz klar ist, wenn wir hier am Support Impulse nach oben sehen, haben wir übergeordnet wahnsinnig bullisches Sentiment auf den Markt. Die Aussage war aber auch immer völlig klar. Wenn der Markt hier wirklich neue Tiefs macht, die Liquidität, dann ist das ganz klar ein Warnsignal. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir machen weiter mit den Rohstoffen und kommen zuerst zu WCI Crude Oil. Und hier sehen wir heute eine interessante Preissection. Und im Prinzip ganz genau das, worüber wir in den letzten Tagen gesprochen haben, dass auf der einen Seite hier dieser Aufwärtstrend intakt ist. Aber wenn es hier dippen sollte, dann habt bitte das Top von dieser Range auf dem Schirm. Und schaut euch mal die Preissection an, die WTI heute zeigt. Und zwar gab es genau einen Dip in diese Zone rein, der jetzt aber mal dermaßen gekauft wird. Sehr aggressiver Kauf hier, sehr aggressiver Dip-Kauf bei WCI. Plus 1,8 Prozent vom Tief. Aber hier muss man auch ganz klar dazu sagen, wir haben natürlich jetzt noch nicht den Breakout gesehen. Aber wenn aus diesem Dip heute ein Breakout passieren sollte, zuerst über 82 und vor allen Dingen über 82,50 ist Basisszenario, dass wir hier oben die Zone anlaufen zwischen 84 und 86 US-Dollar. Für den Moment allerdings muss man es hier auch noch mit Widerstand sehen, weil das auch ganz klar natürlich eine gewisse Top-Bildung sein kann. Um hier aber wirklich bearishen Bias reinzubringen in den Chart, muss Öl ganz klar zurückfallen in diese Range, also ganz klar unter 80 US-Dollar. Und dort haben wir dann aber bitte auch die 50- und 200-Tage-Linie auf dem Schirm. Auch das wäre nochmal spannender Support von der Hälfte dieser Range. Ganz zu schweigen übergeordnet, muss man sagen, haben sich die Ölbullen hier zur Downside eine Menge Support rausgearbeitet. Und der Breakout über die 82,50, der würde dann direkt ab diesem Zeitpunkt hier auch nochmal zwischen 3 und 5 Prozent Upside freischalten. Und ob wir Upside im Rahmen des neuen Kontrakts bei NetGas sehen, das werden jetzt die kommenden Stunden entscheiden. Wahnsinnig spannende Preis-Action. Es gab ein kleines Gap nach oben mit dem frischen Kontrakt, der jetzt hier, das jetzt hier direkt ausgekontert wird. Das Gap ist jetzt aber auch geschlossen. Und wir sehen jetzt hier seit dem Tief am 24. Juni einen kleinen Aufwärtstrend. Ich möchte NetGas, um hier bullish sein zu können, um hier möglicherweise auch über ein Trade-Setup sprechen zu können, gerne aber zurücksehen. Und das ist mir jetzt hier auch die Wartezeit wert, muss ich sagen. Und auch die paar Pünktchen, die ich hier liegen lassen würde. Ich möchte NetGas gerne zurücksehen über 2,80, dann mit Stop unter den 2,75. Und unser 3 zu 1 CRV hätten wir dann hier oben knapp über den Bereich von 3 US-Dollern abgeholt. Der Breakout über die 3 US-Dollar, der würde dann gegebenenfalls sogar nochmal deutlich mehr Upside freischalten. Ich möchte aber auch ganz klar dazu sagen, wenn NetGas sich hier verabschieden sollte unter 2,71, 2,70 vor allen Dingen, dann muss man ganz klar sagen, dann ist hier weiter der Abwärtstrend intakt. Und dann ist die 200-Tage-Linie hier im Bereich um 2,42 bis 2,50. Primärszenario. Wir kommen zum Goldpreis. Und hier tritt jetzt das ein, worüber wir gestern bereits gesprochen haben. Und zwar Widerstand im Bereich der 2.326 Warnsignal. Diese steigenden Tiefs waren auch in Gefahr. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass vor allen Dingen hier ein Warnsignal ist im kleinen Bild. Impuls, Korrektiv. Naja, was zeigt er uns jetzt? Genau das, worüber wir geredet haben. Vom Hoch angesetzt, der Impuls zur Downside. Er ist da. Und der Goldpreis hat jetzt heute auch hier die 2.292 mit Perfektion als Widerstand getestet. Ich möchte jetzt hier sogar so weit gehen, dass wir vom letzten Impuls-Down jetzt hier einen kleinen Abwärtstrend drüberlegen. Hier muss er ausbrechen, der Goldpreis, um vor allen Dingen hier die Chance zu haben, diese 2.290 zu halten als Support. Denn wir hatten darüber gesprochen, während wir zuletzt durchaus noch eine Argumentation hatten, es gab das Allzeithoch von diesem Support. Das hatte uns hier nochmal einen gewissen Grund gegeben zu kaufen. Aber jetzt muss man sagen, wird er gekauft hier ein deutlich tieferes Hoch. Naja, der Markt hat jetzt hier wirklich mal Grund zu zweifeln, ob es nochmal Sinn macht, die 2.290 zu kaufen. Und drunter dürfte es rutschig werden, denn wenn hier die Stops fliegen sollten aus April 24, Mai 24, Juni 24 und ich würde die Zone hier sehen, so bei 2.287 zur Downside. Da muss man sagen, habe ich die Zielzone dann auf dem Schirm ab 2.260 bis 2.235 und dann bestätigt sich einfach auch weiter einfach nur der Abwärtstrend hier beim Goldpreis. Also habe es mal auf dem Schirm. Der bullische Bias, den wir in den letzten Monaten durchaus hatten, der wackelt hier deutlich, wenn Gold die 2.290 wirklich loslassen sollte. Und damit kommen wir zum Bitcoin. Ich habe uns jetzt hier mal eine neue Zielzone eingezeichnet zur Downside. Ich sage aber ganz klar dazu, dass das hier aktuell noch nicht Primärszenario ist, aber wichtig ist, dass man eben vor allen Dingen, wenn man investiert ist oder es plant, sich auch gewisser Zonen völlig bewusst ist. Und der Bereich zwischen 52 und 47, das wäre aus Sicht auch gewisserweise des bullischen Zyklus für mich absolut Max Payne, wobei ich mich zuletzt dazu geäußert habe, dass er unter 50.000 nichts verloren hat. Und dabei bleibe ich auch, falls sich die gesamte Downside ausspielen sollte und es ist ein großes Fall, das kommt mal gleich dazu, dann darf es hier maximal ein Wick geben und dann brauchen wir den absoluten Hammer-Reversal. Und zwar braucht man dann wirklich diese berühmten 10-12%-Kerzen, die uns dann direkt wieder in Richtung der 55.000, 57.000 katapultieren. Er hat hier unten nichts verloren. Er hat nichts verloren unter diesem Trendkanal, denn das letzte Mal, als wir hier eine Verletzung gesehen haben, gab es eben diese bekannte Preis-Action. Hier sind wir 16% angestiegen innerhalb weniger Handelstage. Das war hier Anfang Mai. Und genau sowas braucht es hier im Prinzip wieder, egal wo wir innerhalb von dieser Zone hier unseren Support finden, bevorzugt weiterhin im Bereich, falls es nochmal rutschen sollte, zwischen 58.000 und 56.000, also zwischen dem 88er Fibonacci seit dem Tief im Mai und dem Tief im Mai. Vor allen Dingen auch, weil hier die 200-Tage-Linie läuft und vor allen Dingen, weil der Bitcoin hier auch die ganze Zeit im Tagesschart überverkauft ist am Support. Das war im August der große Kaufzeitpunkt, damals noch zwischen 25.000 und 27.000 US-Dollar überverkauft im Tagesschart an der 200-Tage-Linie. Und wenn wir hier weiter im Bullrun bleiben, dann möchte ich ungern, dass wir da drunter brechen. Und wenn, dann wirklich das absolute Hyper-Reversal aus den Kursen unter 57.000 US-Dollar. Sonst muss man wirklich sagen, ist hier definitiv etwas im Argen. Und das kann und das wird und das hängt natürlich auch mit dem Thema globale Liquidität zusammen. Der Bitcoin ist weiterhin als liquiditätsgetriebenes Asset zu sehen. Daran besteht kein Zweifel. Vor allen Dingen eben auch nicht, indem wir uns gleichzeitig die schwache Preis-Action bei der globalen Liquidität anschauen und eben auch diese Bitcoin-Schwäche drüberlegen. Die Charts gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Also hab's auf dem Schirm. Wir sehen jetzt hier die Korrektur des Impulses. Wir haben gestern auch drüber gesprochen, dass ich hier noch nicht die 200-Tage-Linie gesehen habe, dass wir die Rallye deswegen auch noch so ein bisschen in Frage stellen. Jetzt kommt der Dip. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen aus Sicht der Rallye, dann ist hier irgendwo das 38er bis 61er tiefestens bis 60.000. Und unter den 60.000 wird es hier im Prinzip einfach wieder rutschig in Richtung der 200-Tage-Linie. Und hier haben wir ja auch schon im letzten Big-Tech-Update drüber gesprochen. Das ist und bleibt hier eine wichtige Kaufzone. Und ich bin extrem gespannt, wenn wir Sie sehen, wie der Markt hierauf reagiert und ob diese Zone dann reicht, um endlich, muss man sagen, aus diesem Abwärtstrend hier auszubrechen. Wir kommen zum US-Dollar-Index und der zeigt uns heute ein neues 2024er Jahreshoch. Der Dixie am heutigen Tageshoch bei 106,1. Und das muss man jetzt beobachten. Wir sind jetzt hier aus Sicht der Tops, die wir im April gesehen haben, in der Zielzone angekommen zwischen dem 78er und dem 88er Fibonacci. Wir hatten aber auch zuletzt darüber gesprochen, dass wir hier auch das hoch sind im November 2023. Wir müssen hier noch einen zweiten Widerstand einbauen. Das ist hier ganz klar auch auf den Tops. Diese Zone ist jetzt hier extrem wichtig. Wenn die allerdings brechen sollte, dann muss man wirklich auf dem Schirm haben, dass der Dollar noch weiter nach oben schmilzt. Und wir haben auch eine extrem hohe Korrelation zwischen der globalen Liquidität. Wenn die fällt, haben wir sehr, sehr gerne einen Dixie. Der steigt und auch das spielt sich aktuell sehr gut aus. Und wir wissen, dass auch das Steigen der US-Dollar natürlich auf der einen Seite Gold und Krypto unter Druck setzt. Ihr seht, da ist eine sehr starke Korrelation. Da greift ein Zahnrad ins nächste. Aber natürlich dann auch ab einem gewissen Level Gegenwind darstellt für die Aktienmärkte. Also beobachten wir nicht nur die Liquidität weiter sehr, sehr eng, sondern natürlich auch den US-Dollar-Index. Die Zinsen am US-Rentenmarkt. Hier dargestellt mit der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Wir haben in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass wenn dieser kurzfristige Aufwärtstrend hier bricht, dass wir dann nochmal tiefer runterkommen in die Gewinn-Mitnahme-Zone für die Anleihen. Aber dass für mich wenig Zweifel daran besteht, dass wir aus diesem Abwärtstrend nochmal ausbrechen dürften. Und aktuell sehen wir jetzt einfach die Quittung. Der kurzfristige Aufwärtstrend hat hier sogar gehalten. Letzten Endes spielt sich jetzt hier das Kaufsignal aus von dem Harmonic Scanner. Jetzt der Breakout aus dem Abwärtstrend. Und wir sehen direkt auch, wie es schnell geht, wie wieder gewisse Volatilität reinkommt am Anleihenmarkt. Die Zinsen heute angestiegen um sechs Basispunkte in etwa auf aktuell jetzt 4,3%. Das muss man auch alles noch ein bisschen hier mit Ruhe beobachten und auch definitiv die Kirche im Dorf lassen. Vor allen Dingen, solange die Yields hier unter den 4,33 bis 4,35% bleiben unter der 200-Tage-Linie, ist das hier kein Problem. Dann gibt es halt hier nochmal einen kleinen Schnaps nach oben, vor allen Dingen hier auch noch weiter fallende Tiefs. Alles kein Problem, nur wie gesagt beobachten, dass jetzt dieser steile Abwärtstrend erstmal gebrochen ist. Und dass es vor allen Dingen nochmal relativ schnell gehen kann, wenn die Yields ausbrechen sollten über die 4,33 bis 4,36% dann eben in Richtung des großen Abwärtstrends. Und da äußere ich mich dazu, der muss halten, über 4,5% dürfte sich der Anleihenmarkt und damit auch der Aktienmarkt potenziell nochmal so richtig erschrecken. Also wichtig, hier wird es jetzt durchaus spannend. Auf der einen Seite sehen wir globale Liquidität, die fällt, was den Markt grundsätzlich ein bisschen unter Druck setzt. Wir sehen dadurch auch steigende US-Dollar, wir sehen steigende Ölpreise und wir sehen jetzt auch steigende Yields. Was wir noch nicht sehen, schauen wir uns noch gleich an, ist steigende Volatilität. Aber die eben genannten Punkte wären prinzipiell ein Rezept für steigende Volatilität, was dann im erweiterten Umfeld natürlich die Sprache auch einer Marktkorrektur sprechen kann. Und wenn wir die Volatilität anschauen, muss man wirklich sagen, ist es schon bemerkenswert, denn die fällt aktuell sogar und macht hier im Vergleich zu den letzten Tagen derzeit sogar neue Verlaufstiefs. Aber wichtig, der Wix baut hier an einem kleinen lokalen Aufwärtstrend. Wir hatten ihn jetzt auch die letzten Tage nicht im Video, weil es keinen Grund gegeben hat. Der geht hier nach wie vor völlig entspannt seitwärts, aber wir beobachten das natürlich jetzt sehr genau. Auf der einen Seite ist er aus dem Abwärtstrend seit dem April hoch ausgebrochen. Hier gab es ja die kleine Korrektur am Markt bei einem Wix von 21. Hier sind wir ausgebrochen mit Backtest und bauen jetzt hier ganz lokal an einem kleinen Aufwärtstrend. Das muss man auch einfach dazu sagen. Wichtig ist aber, hier ist jetzt noch nichts passiert, was relevant ist. Wir schauen es uns heute nur mal an, auch vor allen Dingen, um diese Anomalie so ein bisschen zu zeigen. Volatilität down, während die Zinsen steigen und der Dollar steigt. Grundsätzlich ein freundliches Signal. Wichtig ist aber auch, dass wir halt einfach beobachten, dass es hier noch zum jetzigen Zeitpunkt steigende Tiefs gibt. Und dass der Wix natürlich auch getriggert natürlich von einem externen Event hier aus dieser Zone jederzeit ansteigen kann. Ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Märkte wäre, wenn dieser kurzfristige Aufwärtstrend bei der Volatilität nochmal brechen würde. Damit kommen wir zu den Aktienmärkten. Wir beginnen mit dem S&P 500 und schauen uns hier die aktuelle Preis-Action an dem 8-Stunden-Chart. Hier ist der Abwärtstrend nach wie vor intakt. Es gab auch noch keinen 8-Stunden-Schlusskurs drüber, möchte ich ganz klar dazu sagen. Dafür müsste der S&P 500 hier zurück über die 5.500 Punkte ausbrechen. Das wäre dann wohl auch der Zeitpunkt, wo ich bereits davon ausgehen würde. Vor allen Dingen, wenn das Tief jetzt hier drin sein sollte und wir kommen über die 5.500, ab dem Zeitpunkt müsste man meiner Meinung nach auch davon ausgehen, dass der Markt hier neue Allzeithochs anläuft bei 5.600 bis 5.700 Punkte. Das möchte ich auch ganz klar dazu sagen. Es bleibt jetzt halt extrem wichtig, wie sich vor allen Dingen auch die ganze Situation um das Thema Liquidität, auch vor allen Dingen der Freitag, die PCE-Daten. Da ist jetzt noch ein bisschen was in der Pipeline, was wir beobachten müssen, was ganz klar hier noch eingepreist werden kann in den kommenden Tagen. Und dann sollte hier eine gewisse Entscheidung anstehen, ob der Markt es jetzt direkt von hier nochmal schafft, über die 5.500 Punkte auszubrechen. Dann Bullish in Richtung Top auch mal wieder von unserem Trendkanal. Durchaus denkbar bei einer starken Sommerphase. Oder wenn wir wirklich sagen, das Thema verdunkelt sich jetzt weiter und wir fallen hier unter vor allen Dingen 5.440 Punkte, dann müsste man einen gewissen Washout mal auf dem Schirm haben. Erstmal in Richtung 5.400 und 5.300 Punkte, dass wir im Prinzip diesen Trend ein weiteres Mal als Support halten, muss derzeit noch Primärszenario sein. Es sei denn, es wird wirklich eine schärfere Downside. Dann muss man hier das Warnsignal auf dem Schirm haben, dass wir jetzt das erste Mal an der Herzlinie gescheitert sind. Hier war es noch in Ordnung, da hat es der Markt nochmal gekauft. Aber jetzt ein zweites Mal an der Herzlinie scheitern. Und ob der Markt dann hier nochmal sagt, naja, für diese kleine Strecke, wir probieren es jetzt hier nochmal, um wirklich nochmal richtig reinzubuttern. Oder ob der Markt dann sagt, nö, wir machen jetzt mal folgendes, wir fallen jetzt auch mal unter die 5.300, wir brechen jetzt mal hier die 50-Tage-Linie, wir triggern jetzt mal so richtig die großen Stops bei den CTAs, bei den Trendfolgern, die aktuell Anschlag zur Long-Seite im Markt sind, haben wir heute auch auf dem Discord für die Mitglieder bei der Marktanalyse besprochen, um dann hier im Bereich der 4.800 Punkte einen komplett bereinigten Markt wiederzufinden, der die alten Tops aus 2021 testet. Und letzten Endes dann hier auch die 200-Tage-Linie. Das wäre natürlich dann mittelfristig ein gigantischer Einstieg hier wieder an diesem Zeitpunkt. Wäre aber ganz klar, vor allen Dingen für diejenigen, die sich jetzt in dieser Phase haben reinziehen lassen, extrem schmerzhaft zur Downside. Also man muss es jetzt hier zuerst mal im Klein-Klein beobachten, wie der Markt sich hier zwischen den 5.450 und den 5.500 Punkten verhält. Muss sich im Klaren sein, dass wenn wir hier brechen, durchaus eine Downside in Richtung 5.300 uns nicht überraschen darf. Vor allen Dingen, solange dieser Abwärtstrend intakt bleibt, ist das definitiv auf dem Zettel zu behalten. Und ganz klar sich auch sein, dass wenn hier die 5.300 und vor allen Dingen die 50-Tage-Linie brechen sollten, dass es dann durchaus sein kann, dass es im Rahmen der Trendfolger, vor allen Dingen bei steigender Volatilität in dem Zusammenhang, zu scharfen Abverkäufen kommt. Und dass wir insgesamt in diesem Markt mal einen Backtest der 4.800, 4.900 Punkte Mittel bis langfristig auf dem Zettel haben, das ist auch kein Geheimnis. Da sprechen wir auch jeden Sonntag drüber im Marktbriefing. Also wichtig, aus einer ganz kurzfristigen kleinen Zone hier zwischen 5.450 bis 5.500 Punkten kann hier was Größeres werden. Das müssen wir in den nächsten Wochen ganz klar beobachten. Deswegen lass direkt schon mal dein Abo da natürlich auch auf diesem Kanal, dass du jetzt in dieser möglicherweise entscheidenden Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Nasdaq und hier sehen wir im Rahmen der Gegenbewegung auch den Breakout aus dem Abwärtstrend. Aber der Markt ist jetzt hier im Rahmen der Golden Zone knapp unter der Golden Pocket erst mal zum Stehen gekommen. Die Gegenbewegung ging ganz genau knapp übers 50er Fibo. Das 61er Fibo ist hier der Bereich um die 19.860 Punkte. Hier müsste der Nasdaq ausbrechen, um die Verkäufer wirklich unter Druck zu setzen. Der Breakout über 20.000 Punkte, also übers 88er Fibonacci dürfte dann hier sogar noch mal einen ordentlichen Melt-Up triggern in Richtung 20.500 Punkte. Potenziell sogar großer Breakout und richtig viel Upside. Aber wichtig, wenn wir jetzt hier letzten Endes Impuls korrektiv gesehen haben, dann brauchen wir die erste Strecke noch mal ans aktuelle Hoch und dann reden wir über den Nasdaq zumindest mal im Bereich um die 19.200 Punkte. Und hier muss man eben ganz genau beobachten, ob dieser dick eingezeichnete Channel zum Widerstand wird. Von hier würde sich dann sogar eine weitere Downside argumentieren lassen in Richtung 18.600. Also auch hier die aktuelle Zone sehr, sehr wichtig. Und gerade auch die Nebenwerte werden sehr wichtig sein zu beobachten hier in Form des Russell 2000, der möglicherweise in diesem Umfeld jetzt der dünnen Liquidität auch so ein bisschen als Kanarienvogel in der Kohlenmine gesehen werden kann. Hier sehr empfindlich die Small Caps gerade eben auf Liquiditätsmangel. Und so ist es jetzt wenig überraschend, dass wir den Russell wieder zurücksehen am Support bei 2000. bis 2008 Punkte Kurse drunter. Vor allen Dingen hier der Trendbruch wäre als kritisch zu erachten. Und Kurse unter 1980 Punkte muss man dann wirklich sehr, sehr kritisch sehen in Richtung der 200-Tage-Linie. Und was so ein Russell 2000 unter der 200-Tage-Linie gerne macht, das haben wir auch zuletzt gesehen im September letzten Jahres. Da gibt es nämlich gerne eine Kapitulation. Ähnlich bullisch muss man aber auch sagen. Die Small Caps sind wahnsinnig sensibel. Darüber sprechen wir auch immer bei den Einzelaktien. Auf die 200-Tage-Linie haben wir hier zuletzt gehalten als Support. Sollte der Russell definitiv, falls es soweit kommen sollte, wiederhalten. Und als hätte sich der gesamte Markt abgesprochen, sehen wir auch in der Marktbreite bei RSP große Schwäche. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es vergangenen Freitag dieses Wig hier zur Downside gegeben hat. Damit hat der Markt hier prinzipiell schon mal diese Harmonik uns gezeigt, dass sie denkbar ist. Das war im Rahmen des großen Verfalls. Das ist hier unten ein 85er-Retracement. Und man muss wirklich dazu sagen, wenn uns dieser Aufwärtstrend hier wegbricht und vor allen Dingen, da dieses Wig jetzt im Chart ist, haben wir hier durchaus auch Grund zur Annahme, dass es möglicherweise dann auch während den regulären Handelszeiten hier zu einem schärferen Abverkauf kommen kann. Und falls uns dieser Trend hier bricht, darüber haben wir auch zuletzt gesprochen, da muss man wirklich dieses Wort kleiner Flash Crash in den Mund nehmen. Denn das wäre gerade unter der Haube für die Aktien in der zweiten Reihe, die ja in erster Linie auch sehr liquiditätsabhängig sind, durchaus eine kleine Katastrophe. Und auch der DAX ist durchaus wackelig unterwegs. Das haben wir auch gestern bereits angesprochen. Vor allen Dingen unter den 18.250 müssen wir vorsichtig sein. Die letzte 8-Stunden-Kerze hatte eine hohe Schwankungsbreite zwischen 18.054 und am Hochen nochmal 18.360 Punkte wieder abgeprallt an der 50-Tage-Linie. Wieder relativ weit eingetaucht auch in unserem Bereich der potenziellen Gewinn-Mitnahme. In unseren Stopp hat der DAX hier unten noch in Ruhe gelassen. Der ist bei knapp unter 18.050 Punkten. 18.035 Punkte. Da hatte ich mir aber auch gestern schon darüber oder dazu geäußert, dass wir hier impulskorrektiv nicht überrascht sein dürfen, wenn der DAX hier im Rahmen von der Marktschwäche dann den Bereich anläuft, den wir hier im April als tief gesehen haben, nämlich den Bereich zwischen 17.400 und 17.580 Punkte. Und da ist auch meine Aussage völlig klar. Vor allen Dingen, weil es hier so offensichtlich ist im Chart, wenn uns dieser Year-to-Date-Aufwärtstrend bricht und um den wird gerade gekämpft, da lassen wir uns zur Downside nicht in die Tasche greifen. Nur der Vollständigkeit halber, falls der DAX hier versucht, einen Doppelboden zu bauen, das Verlaufstief, was wir im Juni gesehen haben, war ganz knapp unter den 18.000 Punkten. Wir kommen zu den Einzelaktien, die wir heute aus Zeitgründen im absoluten Schnelldurchlauf machen. Wir beginnen mit PayPal, heute nochmal mit einem Verlaufstief. Wir sind ja abgeprallt am Freitag und am Montag bei der 200-Tage-Linie. Seit diesem Zeitpunkt ist PayPal hier nochmal um knapp 5% gefallen. Wir haben hier die Projektion auch eingezeichnet, was wir hier aus bullischer Sicht sehen wollen. Und zwar eine Reaktion bis tiefstens hier in dem Bereich von 57,50 Dollar. Hier müsste PayPal wirklich hart reversen und zwar über die 200-Tage-Linie zurück, um hier die Chance zu haben, eine bullische Gegenbewegung einzuleiten. Und da muss ich auch ganz klar dazu sagen, hier haben wir bitte auch mal den Freitag auf dem Schirm, gerade im Rahmen der PCE-Daten. Das kann einen bullischen Impuls freisetzen für den Markt. Und gleichzeitig beobachten wir natürlich auch die globale Liquidität weiter. sehr, sehr eng. Und wenn dieses Level hier brechen sollte, haben wir uns auch schon gestern dazu geäußert, dass hier unten dann durchaus auch nochmal eine Limit-Order wartet. Ich bin hier nicht bearish übergeordnet auf PayPal, bin mir aber völlig bewusst, dass nach so einem Multijahres-Bärenmarkt, der hier genau bei 50 US-Dollar diesen Boden getroffen hat, erstes Tief spitz, zweites Tief ja möglicherweise rund, dass man hier einfach nicht geschockt sein darf, wenn sich so ein Markt, vor allen Dingen in der aktuellen Schwäche, die wir bei PayPal hier eindeutig sehen, einen Doppelboten abholt, Tages-RSI bei 34, 8 Stunden RSI bei 29. PayPal wird jetzt hier auch an diesem Support-Level von 57,50 Dollar langsam überverkauft, muss es aber, um hier wieder bullischen Bias reinzubringen, zwingend zurückschaffen über die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 60,70 Dollar läuft. Wir kommen zu Tesla und die Aktie setzt sich, möchte ich was sagen, endlich jetzt hier mal in die richtige Richtung, in Bewegung. Aktueller Kurs, 195 US-Dollar, Widerstandszone bitte jetzt auf dem Schirm haben, zwischen 201 und 206 US-Dollar war schon mal Widerstand im Februar, 200-Tage-Linie ist hier auch, das müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben, aber interessantes Pattern hier auch, was sich aufbaut und zwar eine wunderbare, jetzt auch langsam aber sicher hier inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die zeichnen wir uns hier mal ein, es kann hier jederzeit im Rahmen der rechten Schulter noch mal zu Volatilität kommen, auch dieser Aufwärtstrend darf noch mal getestet werden, was allerdings aus aktueller Sicht möglicherweise sogar einen fulminanten Breakout triggern dürfte, wäre der Breakout aus den 206 US-Dollar, hier dann sogar mit Kursziel im Rahmen dieser ISKS im Bereich um die 2,70, dann mit der Breakout aus dem großen Abwärtstrend und damit auch durchaus die Chance für unser ganz großes Szenario. Bei Tesla gefällt mir gut, gefällt mir seit dem Aufwärtstrend gut, gefällt mir hier auch im Rahmen der Konsolidierung gut. Was wir nicht mehr sehen wollen, das bleibt jetzt hier aber sehr, sehr wichtig im Chart, das sind bei Tesla ab sofort keine Kurse mehr unter 180 US-Dollar und ich möchte auch ganz klar, dass dieser Aufwärtstrend hier im Takt bleibt. Wir kommen zu Nvidia und schauen uns hier direkt den aktuellen Preisbereich an, heute milde Gewinnmitnahmen, die letzte 8-Stunden-Kerze hat hier einen Verlaufshoch gefischt zwischen dem 50er und dem 61er Fibonacci, der Downside, wem das bekannt vorkam, völlig richtig, genau darüber haben wir auch gerade im Nasdaq-Chart gesprochen, also hier weiterhin eine extrem enge Korrelation zwischen Nvidia und dem Technologieindex. Wir sitzen hier knapp über der 20-Tage-Linie und heute ist der Markt ein bisschen zurückhaltend im Umfeld der Hauptversammlung von Nvidia. Jensen Huang hat wieder nicht gespart mit Superlativen. Am Ende seiner Rede hat er folgenden Satz gesagt, Nvidia habe sich in den letzten Jahren nicht nur selbst neu erfunden, man habe auch Computing neu erfunden und man habe die Welt neu erfunden. Ich muss sagen, das sind langsam aber sicher schon so Aussagen, die mir so ein bisschen sauer aufstoßen. Ich bin sehr gespannt, sage ich jetzt mal dezent, wie es in den nächsten Monaten und Jahren um Nvidia weitergehen wird, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar dazu sagen, das Momentum ist weiterhin intakt und vor allen Dingen, solange die Zahlen passen, solange Nvidia weiter in diesen Superlativen abliefern kann, was die Umsätze und vor allen Dingen die Gewinne und vor allen Dingen die Margen und die Ausblicke angeht, ist hier absolut kein Grund gegeben, an diesem Momentum zu zweifeln. Was wir allerdings auf dem Schirm haben und das ja auch nicht erst seit heute, ist nach wie vor die Zone hier unten zwischen 110 und 114 US-Dollar als potenzieller Dip-Kauf. Und wenn wir hier gerade eine A, B gesehen haben und dann hier diesen ersten Impuls nochmal ansetzen, ans Hoch, dann könnte es sogar ein leichter Undercut werden in Richtung der 104 US-Dollar und 50-Tage-Linie. Wir bleiben dran, was ich allerdings sage, unter 122 bis 120 US-Dollar dürfte es für Nvidia durchaus hier nochmal ein bisschen rutschig werden. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.